Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensow in der Garage. Welcome back, Commander. Es ist... Unverzeihlich. Es ist wirklich unverzeihlich. Ich mach jetzt keinen Quatsch. Ich weiß auch nicht, wie sich das alles so entwickelt hat, aber... Ich hab mich ja noch nicht mal verabschiedet, bevor ich abgetaucht bin. Ich hatte einfach ein... Eine VOT-Depression. Und aus dieser VOT-Depression muss man sich erstmal lösen. Ich weiß nicht. Also jetzt mal ohne Flaks. Kennt ihr wahrscheinlich. Hast du einfach... Irgendwann ist einfach... Also, ich sag mal so, wie es ist. Der VOT-Channel ist jetzt irgendwie schon ein paar Jährchen am Laufen. Und das ist auch echt harte Arbeit für mich immer. Bam, Replay raussuchen, craften, casten, was überlegen. Es soll witzig sein, pipapo. Und irgendwie, irgendwann bist du leergebrannt. Irgendwann bist du alle. Gut, das ist mein Problem. Interessiert euch ja eigentlich nur partiell. Äh, naja, irgendwo schon. Hoffentlich. Hoffentlich! Aber ich hab's halt einfach verpeilt. Ich immer so, ah, nächste Woche machst du. Da hast du eine gute Idee hier. Ja, die Woche drauf. Und irgendwann, irgendwann bist du dann so weit, dass du sagst, ey, krass, du hast jetzt einen Monat schon kein Video mehr gemacht. Wenn du jetzt ein Video machst, was sagst du denn dann? Dann musst du ja sagen, irgendwie so, ich bin blöd, weil ich hab mich nicht verabschiedet. Und insofern, ich bin blöd. Ich hab mich nicht verabschiedet. Ja, ist wie es ist. Also, äh, vollkommen meine Schuld. Scheiße. Ähm, ich weiß nicht so ganz, wie es passieren konnte, aber es ist passiert. Deswegen, Depression, äh, beendet. Ich hab wieder Bock an VOT. Ähm, aber ich muss was anders machen. Weil ich hab gemerkt, das ist einfach, ähm, ich will jetzt nicht sagen, das ist mir zu anstrengend. Äh, ich will einfacher YouTube machen und so. Aber, ähm, ich pack das nicht, neben Real Life auch noch zwei Videos pro Woche zu casten. Also, insofern jetzt der neue Plan. Ich hab mir jetzt überlegt, wenn ich zur Entspannung VOT spiele, dann werde ich jetzt diese ganzen Entspannungsspiele aufnehmen. Und, denn das ist dann für mich wenig Aufwand. Und es kommen auch lustige Sachen bei raus, durchaus. Die für euch dann vielleicht wieder interessant sind. Insofern hab ich mir jetzt überlegt, ähm, wir machen das. Wir bleiben dabei. Wir machen einen Mittwochstermin. Und wir machen einen Wochenendtermin. Und, ähm, ich werde da eine Kombination draus machen aus Videos von euch casten. Äh, casten, blödes Wort. Also Videos von euch, äh, besprechen und zeigen. Ähm, Videos live. Mit mir, mit der ganzen Sache zeigen. Und vielleicht so ein bisschen auch zum Wochenende, was ich immer schon mal vorhatte. Was aber noch so ein bisschen an der Hardware gescheitert hat. Also, ähm, ihr merkt schon, ich will's rechtfertigen, dass ich mir eine GoPro kaufen muss. Ähm, und am besten noch eine Drohne. Das sind nämlich so die beiden Dinger, die ich noch vorhabe. Eine GoPro und eine Drohne muss ich dringend haben, damit ich, äh, Vlogs machen kann mit euch. Für euch. Nein, ist natürlich Quatsch. Aber vielleicht ist das noch mal so ein Ding, dass ich, ähm, ich hab ja immer so im Hinterkopf gehabt, Freitag auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück, dass man so ein bisschen sagt, so, hey, was war die letzte Woche, äh, was hat mich bewegt? W.O.T. technisch, äh, lebenstechnisch. Und was kommt in der nächsten Woche, ähm, was gibt's da, weiß ich, vielleicht nehm ich da auch wirklich mit rein, was ist bei W.O.T., wann gibt's dreifach, ähm, welche Tanks sind momentan zu haben, was ist interessant? Vielleicht sowas in der Richtung. Mal gucken. Ähm, vor allen Dingen, ich probier's einfach mal aus und dann guck ich mal, was ihr dazu sagt. Ja. Drohne weiß ich noch nicht, was ich mit der Drohne mache, aber, äh, vielleicht irgendwie so, äh, nach Munster fahren und die ganze Zeit eine Drohne über meinem Kopf fliegen lassen und Panzer von oben. Ne, keine Ahnung. Drohne will ich auf jeden Fall haben. Äh, Kümner, eigentlich mal interessant. Ähm, schreibt mir mal als Kommentare, wenn ihr eine Drohne besitzt und mit einer Drohne schon mal Videos gemacht habt, denn es gibt da ja schon ganz geile Sachen. Und, ähm, ich hab mir auch ein neues Motorrad gekauft, aber das stelle ich mal in einem eigenen Video vor und, ähm, da hab ich so ganz geile Motorradvorstellungen schon gesehen, wo so die Drohne dann über so einer Kurve schwebt und man dann selber, also du kannst ja mittlerweile mit GPS der Drohne sagen, schweb über der Kurve und, äh, ich geh jetzt mal, Steuerung legt man beiseite. Und schnell aufs Motorrad gestiegen, durch die Kurve geheizt, dann hat man eine geile Aufnahme von sich selber, von oben, von der Drohne, die ja da noch havert. Ähm, ja, keine Ahnung. Hätte ich Bock zu. Muss mal gucken. Ähm, was in der Kriegskasse noch so alles, äh, möglich ist. Nach dem Motorrad ist sie etwas, äh, geschröpft, aber, ähm, äh, was soll's. Man muss ja Spaß haben im Leben. Ähm, ja, insofern heute das erste Mal, ähm, äh, was heißt das erste Mal? Das neue Format. Ein Live-Video bin ich mit dem Bio. Der Bio ist auch wieder zurück aus Australien. Welcome back, Bio. Ach, ich glaub, die Leute wissen gar nicht, dass du in Australien warst, weil ich nie ein Video gemacht hab, dass du in Australien warst. Puh, ich bin wirklich schlecht. Ich bin wirklich manchmal sehr schlecht. Schlampig, schlampig. Ja, ein Video. Auf jeden Fall. Mit dem Bio gefahren. Ähm, ihr seht hier auch sehr schön, äh, meine Unzulänglichkeiten. Ich kenn mich in niedrigen Tierklassen nicht aus und, äh, ich hab sonst auch wenig Ahnung. Und, äh, ja, mit selbigen Tank, ähm, den ihr hier seht, den ich mir nämlich gekauft hab, den ich persönlich, äh, den, ähm, STRV M4257, ich weiß gar nicht, wie das Ding, äh, sowieso Wagen, Standard, Wagen, scheiße, wo kann man nochmal den Namen irgendwie, nein, über, mouseover, zeigt mir nicht den Namen von dem Gerät. Naja, äh, das Gerät heißt halt irgendwie, äh, nö, auch hier heißt es, es, ja, es hat irgendwie einen anderen Namen, Steuerungswagen, Stromwagen, Steuerungswagen, Steuerungswagen, Müssen wir nochmal nachgucken. Ähm, hab ich mir auf jeden Fall gekauft, ist für den Preis, den er kostet, muss ich ganz ehrlich sagen, für mein Spiel, ähm, für meine, äh, für meine Art zu spielen. Ich mag ja Magazinpanzer, ähm, den er so unterstützt, hat auch einen ganz guten Tarmwert und, ähm, ich komm mit dem gut klar, also ich mag den. Ein cooles Teil. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr so fahrt wie ich und das so mögt, wie ich das so fahre, dann ist das ein Panzer für euch. Mit dem auf jeden Fall, mit dem Bio unterwegs. Und am Ende so ein paar, ähm, das hab ich mir auch immer überlegt, ich werde mal die ganzen Fails, die ich so produziere, was nicht gerade wenig ist, die werde ich einfach mal hinten ranpappen und, äh, da habt ihr glaube ich auch Spaß dran, wenn ihr die Fails guckt. Also ich hatte im Nachhinein zumindest Spaß, mir die Fails anzugucken. Also, macht's gut, äh, Commander ist back und, äh, wir sehen uns demnächst wieder regelmäßig. Also, bis denn, tschüss. Die Schweden zusammen, die Mission. Die Schweden? Ja, nee, nicht die Schweden, sondern die, äh, Schweden. Hör mal, du fährst kein Schweden. Hör mal. Alles Vergleich. Hör mal. Ja, das ist ja so verwirrend. Also, ich weiß auch, wo die, wo die, wo die, wo die Japaner, wo die Japaner und wo die Chinesen reinkamen und die Briten, das war ja, gab's ja alle früher gar nicht. Damals. Vor Australien. Ja, weit davor. Es gibt so eine Prä-Australien-Zeit? Ja, es gibt ja auch. Post-Australien-Zeit. Ja, und es gibt auch noch eine Prä-Vor, also eine Prä-Prä-Australien-Zeit, wo irgendwie nur Deutsche und Amis und Russen da waren oder irgendwie sowas. Ja. Gibt's noch? Ja, würde ich sagen. Business as usual, oh, was ist da denn? So, so wenig kann ich gar nicht zählen. Das ist ein Sechser. Was, wie, was? Jo. Nee, äh. Äh. Warte mal. Ein Vierer. Die Su. Was ist denn? Der PS8. Falsch gematcht, würde ich sagen. Nee, warum? Ist ein Fünfer-Medi. Also wie ein Fünfer-Medi, der wird dann halt... Nee, die Su 85B gehört hier nicht rein, oder? Als Vierer. Achso, nein, das ist in diesem Zug. Wollt ich gerade sagen. Das hat Senior Shinokai verbockt. Ja, gut, als TD ist es ja noch okay. Also so ist es nicht das Optimale, aber... Besser, wenn er sich so ein Medium wegwärt. Ups, ich hab versehentlich geschossen. Wollt gerade schon sagen, alter, jetzt übertreibst du aber mit hier mal versuchen. Äh, ELC. Aber gut, ich hab schon nachgeladen, alles gut. Alles, Roger. So, und möge bitte vorfahren. Drüben könnte auch am Hang ganz viel aufgehen. Der Schieb ist offen, ne? Also ich bin auch gerade aufgegangen. Da hilft dann auch der Busch nicht. Da drüber haben wir ein bisschen was. 30. Not available. Ach. Ah, sehr schön. Ja, man musst du leider selber regeln. ELC, da kommen wir nicht hin. Ah, sieh an. Oh. Oh. Ich hab nicht nachgeladen. Aber jetzt. Eieieiei. Es ist ja aber einiges. Alter, komm ich nicht durch, durch diese Drecksdinger, ey. Nirgendwo. Das gibt's ja nicht. Tja. Wollen wir jetzt mal Gold reinmachen? Ja, hab ich auch schon drin. Aber eigentlich lächerlich für die Jungs da. Fünf Sekunden noch. Boah, da war mal ein Meter, ey. Also, dass ich da nicht touchiert hatte. Das ist aber nicht so schön. Absolut korrekt. Ich hoffe halt, dass da jetzt auf der anderen Seite nichts mehr ist. Also quasi uns gegenüber hier so. Na, der Tiger hinter uns. Gott. Aimen. Aimen. Treffen. Boah. Wupp. Geil. Ja, das war jetzt aber auch schön. Weil, ähm, so richtig viel hab ich bis jetzt noch nicht getroffen. Der E-Frei echt so ne gute Panzerung. Krass. Der da weniger. Oh, was ist das für ein Monster, ey. Fünf. Das ist mir jetzt auch unangenehm mit dem Gold gewesen, aber. E-Bot. Oha. Type steht auch auf dem Berg da in dem Busch. Da kommt was. Oh, come on, ey. Ja, wenn du schießt, bist du offen, dann schießt dir der Type irgendwie einen rein, wahrscheinlich. Ja. Er kommt da auch nicht ran. Ich hab ne Idee. Oh, oh. Type safe. Nicht umkippen. Puh. Yeah. So, dann würd ich mal sagen, ähm, Type 64. Oop, was ist da? E-Fin-Rande wäre auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. So, warum hab ich keine Gang depression? Warum, warum schieß ich mein komplettes Magazin an dem vorbei? Alter, ey, meine Maus, die Diskabel von der Maus war zu kurz. Da ziehst du und ziehst du? So, ich geh den jetzt mal besuchen, ja. Ich bin doch grad beim T-34. T-34 soll die alleine entklingen. Oh, hier steht noch ein bisschen was. Ja, ja, eben. Also, wenn du noch ganz kurz eine Sekunde wartest, dann bin ich auch wieder schussbereit. Pau, ab, Bruder, sehr schön. Na, siehst du, das hat auch mal funktioniert, wenigstens. Hab voll rumgebobbt hier, ey, mit Mauskabel zu kurz, dann. Äh, nein, Mann, Mann. Da musst du aber ein bisschen Toleranz einberechnen mit dem Mauskabel. Oh, nee, das ist... Ich hab immer ein bisschen was auf dem Tisch aufliegen, einfach vor der Mauskabel. Ja, ich nicht, es sollte alles so schön hinten ins Loch reingehen. Dann mit dem Kabel bin er zusammen gedärgelt. Nein, nicht, ja. Ja, nein, genau, ja. Das war richtig, richtig schlau. Mann, 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 Mann. Im Kabel ist das schon echt gut, die Idee. Nee. Hat mir nicht gefallen, die Szene. Überhaupt nicht. Kacke, ey. Das sieht so gut aus aus meiner Sicht, wirklich. Das ist ja der Klassiker, ey, wieder der Klassiker. So. Ach da. Nicht gut. Vor allem auch die Map, das wird wieder träge. Hallo, 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 hallo. Oh, nee, ey. Das ist aber auch ein bisschen dumm von mir. Also, das war jetzt nicht so das Cleverste, was ich hätte machen können. Nein, ich hab auch die in den hier, wa? Nee. Hallo. Ja, warum ehrlich gesagt nicht bedacht, das ist ja ein Tier 6. Das hier machen ja manchmal komische Sachen. Also, dass es so ein bisschen laut hier ist. Wie ist denn, warum ist denn, warum kann ich denn... Ach so, mein Commander ist gar nicht kaputt. Hä? Ich dachte, mein Commander wäre kaputt. Oh, 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 oh. Alter, was war das denn jetzt, ey? Ui. Das war ein Ui. Ich, ähm... Könnte sagen, die HE hat penetriert. Mhm. Ja. Ja, WZ. Aber die Frage ist jetzt auch... Fährt der jetzt weiter zu uns hier, Chiefy? Alter, es gibt's da gar nicht. Für den? Äh, mal sehen. Nein! 21! Der hätte jetzt wahrscheinlich sogar gerammt. Der kommt mir nicht ran. Der ist bei einer blöden Kuh, oder? Nein, 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 nein. Chief Dane. Böser, böser Chief Dane. Sag mal, was war das denn? Warum mach ich dem dann 21? Also, ich auch nicht. Ich steh direkt vor dem und meter auf den drauf und mach ihm 21 Schaden. Durch unser qualitativ hochwertigen Beitrag in diesem Game haben wir es unserem Team einfach gemacht zu verlieren. Ja, ich hab ja immerhin auch nicht geschossen. Das ist ja die Gewaltfreilösung, muss man so sagen. No war, make peace. Oder wie war... Nee, der Vietnam-Spruch, der... Anyway. Ich kenn nur Good Morning Vietnam. Ja, genau, aber da gibt's doch, ähm, der eine nicht immer dieses Peace-Zeichen am Helm da und hat seinen Spruch dazu gemacht? Hm, ähm, der Joker, Private Joker, bei Full Metal Jacket, äh, ja. Full Metal Jacket, genau. Ähm, gehen wir mal spotten hier in den Magic Bush da, ähm, auf F-Philip. Sichtweite, weil ich könnte es nicht, ich hab keine Sichtweite. Ja, ähm, jetzt, ja, reicht für die, äh, nicht, eigentlich nicht, ähm, wie drück ich's aus. Wie sag ich's denn? Ein bisschen schwanger, würd' ich sagen. Also, sozusagen, ich kann zu der Stelle gucken, wo was los sein wird, aber weiter auch nicht. Soll ich sagen. Ja, ich kann dich da einfach nie so ein bisschen supporten, vielleicht. Man kann sich, ja genau, man kann, ähm, ein Stein weiter hinten, ein Stein, okay. Also hier, an dem Stein, wo ich jetzt bin, da kannst du dich hinstellen, dann an mir vorbeischießen, wenn ich mich in diesen Push stille. Oh, scheiße. Ich geh mal davon aus, dass der mich gerade aufgemacht hat. Weil, sechste Sinne, sehr Luxus, haben wir nicht. Ah, sechste Sinne, ist echt schon... Ah, Hellcat, was willst du hier? So ne Frage. Na ja. Hellcat! Du warst er geschossen? Auf den Ilse? Hallo, wer rammt mich denn da an? Amix 12T. Oh, Hellcat. Oh, Hellcat. Los fahren, Tiger. Hellcat. Er wird schießen und du gehst auf. Ja, eben. Gefällt mir überhaupt nicht, die Situation. Deswegen machen wir die jetzt mal auch mal anders. Ähm. Oh, guck mal, der Chaos war. Gleich wird's kaputt. Alter, der hat doch auf diese verfickte Hellcat geschossen, ey. Ich sag's auch noch. Oh, Mann, ey. Ey, ich mach keine Gefangene mehr. Ich schieb jetzt Gegner, die im Busch stehen, raus. Ey, so ein Drecks-Bot, ey. Ich hab's doch gesehen, er guckt. Die Musikойдen, er ist ein Drecks-Bot. Ich habe den. Untertitelung des ZDF, 2020